Geh im Süden, zieht der englische König mit seinem Heer von Ungläufe... Alter ihr, ist es vollbracht? Nein, noch nicht. Dann verschwindet und bringt es hinter euch! Hä? Was? Wie jetzt? Ach nö. So, was hab ich wieder vergessen? Ich hab keinen Bock die ganze Zeit zu suchen. Kann ich nicht einfach wissen wo das ist? Ja der Typ der hat wirklich no chill. Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht! Oh Mann. Was tut er da? Kann ich denn dann da hochklettern? Gar nicht. Volle Sache. Er wird Ärger verursachen. Hier seid ihr nicht der Wünsch. Geht! So, jetzt nur gucken wo ich lang kann. Da. Oh, hallo? Hm. Nichts Neues. Schade. Okay, ähm... Wir waren südwestlich. Das war die Kirche. Dann müssen wir noch nach irgendeiner Synagoge. Sobald ich das jetzt verstanden hab. Hm. Hm. Einer ne Idee, wo ich hin muss? Genau, halt hin! Wer hat die Kraft gefunden, im Kampf für unsere glorreiche Kultur aufzustehen? Hast keinen Zweifel! Ja, das hier! Hm. Hm 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 Hm. Wovor rennt der denn weg?! Er wird noch jemanden verletzen. Bei dem Tempo verletzen. Er scheint als Böse zu sein. Ach! 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 Gut, dass sie so schlecht im Zielen sind. Nein! Ich hätte das nicht sagen sollen. Ach! waa low Leute, das ist etwas anstrengend. Sollten Sie einen Tumult verursachen, ist es ratsam. So, wir sind jetzt hier. Gedächtnisabschnitt 4. Ich gucke gerade die Komplettlösung an, weil ich keine Ahnung habe. Wo ich lang muss. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, wo das jetzt war. Da war ich schon. Wo wird es zumindest? Da war ich schon. Ich würde gerne diesen Aussichtstrom haben. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt der richtige Weg ist, aber ich denke, es bringt nicht viel, wenn ich da jetzt die ganze Zeit rumrenne. Ich brauche auf jeden Fall die Aussichtstürme. Das ist die, wo ich noch nichts sehe. Ja. 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 Ja, ja. 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 jetzt nicht ganz so viel, aber ist okay. Auch das war er nicht. Schade. Och, Mensch, ey. Er scheint ja wirklich in Eile zu sein. Wie sprecht der denn so? Wieso ist das so ein Gerüst, wie ich da nicht hoch kann? Hi, Sarah, wie geht's dir? Ich bin so ein bisschen angenervt langsam, weil ich die ganze Zeit hier rumrennen muss. Und ich jetzt die ganzen Aussichtstürme abklappern muss. Bis ich endlich mal das finde, was ich brauche. Ich kann nicht aufstehen. Jetzt geht's. Bis das Gott, gepriesen sei sein Name, mit uns sein werde, ob das er uns nicht schenkt. Ach, ich bin da. Was tut dieser Narr denn? Es geht vielleicht hoch. Flettern. Dann nicht. Nichts, was ich nicht schon gesehen hätte. Bin fort mit euch. Geht, schnell. Ach, das ist schön. Ja, ich hab jetzt, ich hab zwei neue Ausbüroge gefahren. Oh, geht weg. Oh, Leute. Mann. Ja, genau. Renn halt immer in mich rein. Schade. Okay, ihr wisst ja was. Wenn ihr es nicht anders wollt. Wenn ihr es nicht anders wollt. Dann gibt's ja wieder eine kleine Keile. Gibt's ja wieder eine kleine Keile. Geben, ich hab dir! Genau, ich bin total am Ende. Ja, 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 ich bin total am Ende. Ja. Ja. Ja, ich bin total am Ende. 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 stellt ich wollte mich da gerade hinsetzen und leute das ist so leicht anstrengend was gibt es novice ich bin kein novice der wert eines mannes wird von taten definiert nicht von markierungen auf der kleidung wir können streiten oder almo alims arbeit verrichten eure entscheidung dann legt los im salims regent masch adin hält nicht weit von hier eine öffentliche hinrichtung ab sie ist sicher gut bewacht aber ich weiß was ich zu tun habe und deswegen bleibt ihr in meinen augen ein novice ihr wisst gar nichts ihr vermutet ihr müsst von fehlern ausgehen vielleicht habt ihr etwas übersehen antizipation alter ihre wie oft muss ich es euch denn sagen wie ihr wünscht sind wir fertig nicht ganz dann macht es sich selbst einer der männer die hingerichtet werden sollen ist ein bruder einer von uns allen wünscht dass er gerettet wird kümmert euch nicht um die eigentliche rettung meine männer erledigen das aber ihr müsst sich erstellen dass man da dien nicht sein leben nimmt ich gebe ihm keine chance das hoffe ich dankeschön war wie immer eine freude nicht spule vor zu aktuelleren gedächtnis abschnitten